Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man solche einzelnen PDF-Dateien ganz einfach zu einer zusammenfügen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hierfür einmal drei einzelne PDF-Dateien mit 1, 2, 3 benannt, welche im Nachhinein natürlich auch in der richtigen Reihenfolge zusammengefügt werden sollen. Hierfür am besten mal in deinem Internetbrowser das kostenlose Tool PDF24 öffnen. Den Link hierzu habe ich dann natürlich auch unten in der Videobeschreibung reingepackt und dann können wir hier einfach einmal auf Dateien wählen klicken. Nun bekomme ich schon die Übersicht, wo meine ganzen Bilder drin sind. Ich gehe mal auf Downloads und diese drei Dateien möchte ich ja jetzt einfügen bzw. zusammenfügen. Deswegen markiere ich diese einmal und klicke hier unten rechts auf Öffnen. Die Dateien wurden eingefügt, doch für eine bessere Übersicht klicke ich hier unten links einmal noch auf Listenansicht. Jetzt sehe ich nämlich auch schön die Reihenfolge hier und wie du erkennen kannst, bei mir ist die Reihenfolge noch nicht richtig. Die 3 muss hier runter, die 1 muss natürlich hier hoch und deswegen kann ich jetzt einfach mal mit der Maus per Track & Drop hier dieses PDF, also die Datei nehmen, einfach nach unten ziehen und dann auch hier meine 1 einfach nach oben ziehen. Und jetzt habe ich auch schon die richtige Reihenfolge hier eingestellt, so wie es sein sollte. Nun klicke ich hier unten rechts noch auf Zusammenfügen. Jetzt dauert es einen kurzen Moment und wenn das geschehen ist, dann kann ich hier auf Download draufklicken und meine PDF-Datei wird runtergeladen. Wenn ich jetzt hier auf meine Datei draufklicke, sehen wir eine zusammengefügte PDF-Datei, wo natürlich jetzt auch die Reihenfolge stimmt und somit haben wir es auch schon geschafft. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.